Sulzul, liebe Abenteurer und Weltverbesserer, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Die Sims 4! Endlich der vierte Teil einer gigantischen Ära mit vielen Neuerungen, vielen Änderungen, ein recht kleines Basisspielpaket, mit dem man aber schon sehr viel Spaß haben kann und wir spielen es ein bisschen früher, als der eigentliche Release-Termin angesetzt ist. Das finde ich ziemlich positiv. Ich hatte auf Facebook vorhin eine Umfrage gestartet, wie wir denn jetzt in Die Sims 4 starten wollen, weil da waren so viele Ideen, die im Raum standen und geeinigt haben wir uns darauf, nun alles ein bisschen miteinander zu verbinden. Den Taxifahrer, den ihr unbedingt alle kennenlernen wolltet und übrigens hier ist er! Ich präsentiere Thorsten Lamberts! Eine neue Familie, die wir quasi ein bisschen Kombination jetzt mit dem Taxifahrer kennenlernen werden, und zwar seine WG-Freunde. Völlig neue Personen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Yuki Miyamoto, die etwas schrille, knallige, junge, asiatische Persönlichkeit. Ich habe versucht, sie ein bisschen asiatisch aussehen zu lassen, also ein bisschen japanisch, aber ist nicht so ganz einfach. Und dann haben wir noch Marvin Marienback. Ja, das ist unser kleiner Insider. Ich meine, ihr kennt mich, ich heiße Marvin. Ähm, unser Geek, unser Nerd in der Familie, drei Kumpels in der WG, was könnte es Besseres geben? Außer natürlich Nachbarn noch, die entsprechend mangolische Abstammungen sind und unseren Taxifahrer vermutlich schon bald in den Wahnsinn treiben werden. Und Nachbarn, die, sagen wir mal, etwas anderer Abstammungen sind, aus einem etwas spezielleren Teil der Spielewelt kommen. Ich meine, ihr kennt alle Chris, Günther und Inga und es wird auch mal Zeit, dass sie in Sims eine Rolle spielen. Aber unser Hauptcharakter, das ist der Thorsten. Ich mag den Namen, erst wollte ich ihn nur Thorsten Thorsten nennen, aber naja. Ich habe die Erstellung im Cast uns schon vorweggenommen. Ein Video dazu, wie ich die Figuren im Cast erstelle, gibt es. Das dauert aber ein bisschen, bis es gerendert ist und hochgeladen ist. Ich möchte eigentlich auch sofort ein Gameplay starten, deswegen werde ich euch nur hier kurz die Charaktere vorstellen und dann werden wir sofort anfangen, ein Haus zu bauen und dann ordentlich loslegen. Ähm, unser Thorsten möchte herrlich reich werden, denn er will endlich weg von seinem dämlichen Taxifahrerberuf. Er ist ein geschäftstüchtigste Persönlichkeit, er ist selbstsicher und ehrgeizig und ein Kunstliebhaber, denn eigentlich wäre er gerne Maler und eigentlich würde er gerne mit Kunst sein Leben verdienen, also seinen Lebensunterhalt. Ach ja, ich habe ihn einen stolzen Gang abgegeben, weil das passt so zu seinem Charakter. Er ist halt so ein bisschen der Perfektionist, der Polohemden tragende, coole Typ von da nebenan, der aber immer so ein bisschen mürrisch ist und schwere Kindheit-Traumata hinter sich hat. Yuki ist ein kleines musikalisches Talent, würde gerne in einer Band spielen, aber ihre eigentliche heimliche große Leidenschaft ist die Liebe. Sie wünscht sich einen Seelenverwandten, ist eine sehr verführerische Persönlichkeit, immer fröhlich drauf, Musikliebhaberin und tollpatschig, hat eine recht hohe, quietschige Stimme bekommen, hat von mir auch eine selbstbewusste Gangart, Gag, was soll Gag bedeuten, muss mir das was sagen, und Marvin, ich heiße Marvin, hat die passende Stimme dazu? Ich finde ihn super, er ist unser Computerspezialist, er spielt gerne Videospiele, er ist ein schneller Lerner, er ist ein Genie, er kennt sich super aus in der Welt der Geeks und Nerds und er ist natürlich auch ein kleines bisschen ein Spinner. Ein cooler Kumpel, mit dem man immer gut rumhängen kann, ich finde die drei so als Trio passen charakterlich ganz gut zueinander, ich bin sehr gespannt, was aus den Jungs und der Dame wird und wir starten jetzt einfach mal ins Gameplay. Ich habe uns ein paar Tutorials schon weggeklickt, WG weit, weit weg, der Name ist halt quasi Programm, denn sie sind alle so ein bisschen vor ihrem Leben aus die Sims 3 geflüchtet. Die ganzen Bugs und Ruckler und das Ganze, ah nein, wer möchte nicht flüchten? Und ich würde eigentlich ganz gerne in Oasis Springs spielen. Kiesgrube, staubige Heimat, das sind aber ziemlich große Grundstücke, das kann man sich alles nicht leisten. Da wohnt schon jemand zum Fettenapf. Die Kiesgrube, denke ich mal, ist ein ganz gutes Anfangsgebiet, das sieht ja alles nach zur elitärer Gegend aus. Gucken wir uns doch mal Oasis Springs an. Jawohl! Es wird Zeit, unser erstes eigenes Haus zu bauen. Und da sehen wir auch schon das brillante, neue, saubere Interface von Die Sims 4. Wir haben nicht mehr wie früher hier oben unsere Interaktionsleiste, bei der wir sehen, was der Sim gerade ausführt. Das findet an der Seite statt. Die Sims sind Multitasking-fähig, also sprechen und gleichzeitig kochen ist heute nicht mehr so das große Problem. Wir haben auch hier unsere Bedürfnisse leisten, immer noch die Simologie, was unser Sim besonders gut kann. Woran er arbeiten möchte unser Inventar, unsere Beziehungen, unsere Fähigkeiten, unsere Karriere und nicht zuletzt unseren Lebenswunsch, den wir erfüllt haben wollen, möchten. Oh, wie praktisch, kenne ich noch gar nicht. Ähm, Baumodus war hier. Aber erstmal brauchen wir natürlich, ja, die Magazin an sich ist schön. Ich habe eigentlich schon versucht, so viele Tipps wegzuklicken wie möglich. Ja, ist gut. Das interessiert mich nicht. Das, ja, ich möchte selber ein Zimmer bauen. Äh, ja, 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 alles okay. Ähm, ein bisschen Garten im Vordergrund möchte ich uns schon noch behalten. Dann würde ich sagen, ach, lasst uns mal lieber selber Wände ziehen. Ähm, machen wir es so... Achso, ja, die platziert man erst und dann kann man sie ziehen. Machen wir so eine kleine Terrasse vorne, auf die es dann, von der es dann quasi erst ins Haus geht. Ähm, das ist dann unser Eingangsbereich. Gehen wir noch ein bisschen weiter nach außen. Wohnzimmerbereich. Da oben könnten wir eine Küche unterbringen. Dann machen wir das doch auch so, die Küche nach... Hier ausgerichtet. Oder machen wir sie wieder ein, ein kleiner... Ja, Zimmer. Ich, ich weiß, du möchtest mich auf viele tolle Dinge hinweisen, die wir uns aber alle selber erspielen können. Das Fundament und alles... Ja, das ist alles kein Problem. Ich bin... Ich kann selber... Ich weiß... Ja. Lass mich. Lass mich nur. Badezimmer. Badezimmer wäre jetzt so eine Sache. Das würde, glaube ich, ganz gut hier passen. Und dann machen wir hier noch einen kleinen Flur hin. Beziehungsweise müssen die Damen und Herren ja auch in einem Zimmer schlafen. Kommt hier so ein Flur hin. Ich habe mir schon so im Kopf ein paar Gedanken gemacht, wie ich das Ganze gestaltet haben möchte. Von der Zimmeraufteilung ist das natürlich dann so ein bisschen schwieriger. Wir brauchen halt drei Zimmer, einen kleinen Flur. Ist es halt eine WG? Kann man so tun, als wäre dann hier mal so ein Raumteiler eingezogen worden. Das wäre eigentlich ein größeres Zimmer gewesen. Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Badezimmer. Hier wohnen, das ist alles kein Problem. Ich liebe es, dass man jetzt hier die Möglichkeit hat, ganz einfach so Zimmer zu ziehen. Das ist einfach der Hammer. Das ist so gut gemacht. Da gibt es halt die verschiedensten vorgefertigten Sachen schon. Schon einen runden Pavillon quasi. Das ist brillant. Natürlich gibt es auch schon fertige Zimmer, die man platzieren kann, wenn man dann will. Die finde ich aber alle ein bisschen zu teuer. Deswegen mache ich das lieber selber. Fundamente möchte ich vor allen Dingen auch gerne haben. Und zwar normal hohes Fundament und das mit einem schönen Muster wäre natürlich toll. Hier nehmen wir mal ein Terrassenmuster und den Rest könnten wir so erhöht machen. Das Ganze wird immer pro Zimmer gesetzt. Dadurch geht das recht schnell. Finde ich so vom Fundament eigentlich ganz gut. Ach, lass uns das auch hier so machen. Das sieht sonst komisch aus. Treppenstufen, um überhaupt bei uns in die Wohnung zu kommen, werden vielleicht auch ganz sinnvoll. Kann man jetzt halt sehr individuell setzen immer. Machen wir die mal drei breit. Ja, sehr gut. Und eine Haustür können wir auch gleich setzen. Irgendeine schöne große Haustür. Ah, die ist aber bieder. Die sieht noch ganz nett aus. Wie wäre es mit der hier? Oder das hier? Na, die ist so zu. Ja, die ist doch schön. Machen wir die hier so ein bisschen seitlich. Hier ist also sowieso der Bereich mit dem Flur. Dann nehmen wir hier klassische schlichte Türen. Das geht hier ins Badezimmer. Da geht es in den einen Flur. Da geht es in das eine Zimmer. Da geht es hier in das andere Zimmer. Das sollte dann hier so von der Türaufteilung ganz okay sein. Ist ein bisschen verbaut. Aber es gibt halt auch große Türen, weil es große Wände gibt. Man kann halt auch ganz hohe Wände machen. Ah, ja. Das ist so vielfältig. So unglaublich vielfältig. Randskulpturen. Oh, das ist ja cool gemacht. Können wir mal hochblenden. Und uns schon mal um die Dächer kümmern. Die finde ich nämlich ziemlich geil. Da gibt es inklusive Dachleisten. Alles drum und dran. Jetzt so viele Möglichkeiten. Man platziert erstmal sein Basisdach. Und formt sich das Ganze so, wie man das haben möchte. Ich habe diese ganzen Videos zu der Gestaltung von den Häusern und so was von gesuchtet. Die ganzen Gameplay-Möglichkeiten hier sind brillant. Einfach nur brillant. Das darf nach hinten abgeschlossen sein. Und man hat halt auch die Möglichkeiten zu sagen, wie hoch das Ganze sein soll. Kann alles nochmal wieder einzeln anklicken und gestalten. Und hat natürlich da, glaube ich, viele Möglichkeiten. Wir haben auch die Möglichkeiten, die Dächer endlich mal einzeln einzufärben. Das finde ich eigentlich so ganz schön. Und ich möchte das hier doch wieder ein bisschen weiter nach oben setzen. Dann gibt es noch Dachskulpturen. Das ist eine Klimaanlage. Das ist Federvieh. Das ist Dachlüfter. Gute alte Zeiten. Sieht doch nett aus. Können wir doch mal so nehmen. Dachverkleidung. Ja, hätte ich gerne. Sieht schön aus so. Gut, die kann man natürlich farblich auch noch anpassen. Aber das wird eigentlich so riesen, wenn man jetzt die Außenleisten muss. Muss außerhalb eines Zimmers über den Erdgeschoss platziert werden. Größere Niveauhöhe erforderlich. Okay, damit können wir dann einfach ein andermal arbeiten. Äh, äh, Fundament haben wir. Äh, machen wir dieses Wandmuster. Mh, hätte ich gerne Mauerwerk. Ähm, um euch das mal zu zeigen. Früher musste man sowas immer einzeln setzen. Jetzt, wenn es Umbrüche an den Ecken gibt, ne? Wird das automatisch gemacht. Da kümmert sich das Spiel ganz von alleine drum. Ich finde, das sieht so unglaublich schick damit aus. Das ist, das ist so klasse. Okay, das passt jetzt da so nicht, so von der Gestaltung her. Ähm, da war unser Geld wieder. Oh, das ist eigentlich ganz niedlich. Wir haben natürlich jetzt nicht ganz so viele Muster und Stile, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Jetzt waren die Sims 3 mit den ganzen Downloads, die man da hat. Und die ganzen Möglichkeiten, die man da noch ausnutzen kann. Aber auch wir werden sicherlich hier noch irgendwas Schönes zusammengebastelt bekommen. Hm, wie wär's denn hier mit nem... Wie sieht das denn aus? Mir fasst ein bisschen zu schlicht. Das denn? Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Das ist gar nicht mal so uncool hier. Das ist so ein bisschen schäbig verputzt. Ist billig. Was wir dringend brauchen, was billiges. Weil wir müssen ja noch unglaublich viel Einrichtungsgegenstände kaufen. Und Fenster nicht zu vergessen, natürlich. Ah, die können wir uns gleich mal kümmern. Und ich finde, da gibt's schon sehr viele Fenster im Vergleich zu früher, mit denen man jetzt arbeiten kann. Und man hat halt auch hier die freie Wahl, die man sie platziert. Mit der Alt-Taste gedrückt haltend hat man da noch ein bisschen freiere Interaktionsmöglichkeiten. Kann dann halt sagen, dass die Fenster mal eben wirklich mal auf der Höhe zum Beispiel von der Tür sein sollen. Ähm, in dem Fall möchte ich eigentlich am liebsten das Ganze hier so erweitert haben. Aber dann kann man sich auch noch auf die Terrasse setzen abends so, gerade so zum Entspannen mit seinen Freunden. So, und das habe ich alles auf diese Höhe gesetzt. Jetzt muss ich mir versuchen, nur auf diese Höhe zu merken. Damit wir die jetzt nicht plötzlich irgendwie anders platzieren. Hier sind Zweierpärchen nebeneinander. Und hier das Gleiche. Ja, das erstellen kann noch ein bisschen dauern. Ihr wisst ja, wie sowas ist. Soll ja auch gut aussehen halt. Das wollte ich nicht. So, danke. Das ist schon mal fürs eine Zimmer. Ähm, und dann machen wir hier noch für das Zimmer. Die Küche hat da was. Das Badezimmer bekommt nur... ...ein Oberlicht, würde ich sagen. Hier so zwei kleine. Der Flur hat keins. Wo pro Licht, hier wäre es nochmal mit Mittagszeit. Dann sind wir das Ganze in einer bisschen stärkeren Beleuchtung. Ähm, ich bin fast geneigt, das Dach hier nochmal zu bearbeiten. Dahingehend, dass mir das jetzt hier nicht so gut gefällt. Ah, Dächer kosten ja auch Geld. Das habe ich gar nicht bemerkt. Vielleicht kostet auch nur das Abreißen. Weil das hier doch ein bisschen schöner aussieht. Nicht ganz so hoch. Ähm, das war das hier. Ähm. Dann brauchen wir wieder den Wandstiel. Und dann füllen wir hier drauf. Oh, und da hinten ist er auch schon drauf. Ach doch, das sieht schön aus. Mir gefällt das so. Ich weiß nicht, ob euch das so gefällt, aber ich finde das ganz nett. Okay, kümmern wir uns gleich schon mal um die Stiele innen drin. Hm, farbliche Gestaltung ist ja immer ein bisschen schwieriger. Oh je. Ah, hier draußen wären Steinfliesen vielleicht ganz sinnvoll. Irgendwas Schlichtes. Ja, das passt doch ganz gut. Vielleicht ein bisschen vorne hinlaufen, so Steinfließen zu haben. Wobei, da können wir ja wieder mit Stielen arbeiten. Äh, was ist das denn hier? Das sieht ja interessant aus. Normales Grau. Ach, das sieht doch nett aus. Gibt es das auch in anderen Gestaltungen? Nein, gibt es nur in der Eingestaltung. Dies hier? Oh, das sieht interessant aus. Ne, das sieht ganz cool aus. Das gefällt mir. Das wäre hier vielleicht auch was fürs Badezimmer. Wobei, ich mag ja so Steinfließen im Badezimmer. Ich finde das immer ganz schön. Vielleicht sollten wir mal was billigeres Arbeiten mit Holz zum Beispiel. In einem hellen Holz. Ja, das Holz im Badezimmer und in der Küche ist pflegeleicht. Dann Stein, Mauerwerk. Das sind mehr so draußen. Okay, das sieht komisch aus. Talle. Viel haben wir ja hier nicht. Sehr wenig Teppichboden. Flauschiger Plüschteppich. Irgendwas in einer coolen Farbe. Ein Rot vielleicht. Flur noch dazu anpassend. Die Zimmer dann lieber eher in Holz halten. Verschiedene Holztöne sind bläuliches Holz. Für ein Männerzimmer finde ich ganz gut. Und für ein Darmzimmer in Weiß. Und vielleicht für das Nerdzimmer in Braun. Puh, ich habe nämlich noch keine Ahnung, was mich mit den Möbeln hier genauer erwartet. Denn ich weiß zwar schon, wie das erstelle ein Haustool aussieht von den Gestaltungen aus den Livestreams. Und kenne mich deswegen so ein bisschen aus, was man hier alles machen kann. Aber das Problem ist, das bisschen kann man regelrecht groß schreiben. Ich kann zum Beispiel dann hier so eine blaue Tapete rein. Und hier eine leicht rosane. Und hier vielleicht als Kontrast. Orange, oh Gott. Grün. Weiß ich ja nicht. Hellblau. Und Windgrün ist schön. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das sieht ganz nett aus. Das sieht ganz cool aus. Zu rot möchte ich das natürlich auch nicht gestalten. Was sind hier alles? Wow, sehr individuelle. Gibt es hier nicht zufällig was passend in Rot? Äh. Na, das ist zu viel Rot. Also man kann es auch übertreiben mit einer Farbe, ne? Das ist ja auch noch ganz nett hier. Einfarbig. Komische beige Farbe. Helle Farbe. Gibt es nicht auch noch was anderes noch? Hm, die Tapeten hier sehen auch nicht schlecht aus. Was haben wir denn hier? Das hier zum Beispiel ist ganz nett. Können wir vielleicht noch mit Teppichböden arbeiten. Okay. Ah, der Flur kriegt das gleiche. Und in der Küche müssen wir uns noch ein bisschen mit Fliesen anfreunden. Das hier ist was fürs Badezimmer. Ja, das ist was fürs Badezimmer. Ja, in der Küche. Was macht man in der Küche? In der Küche nur mit Fliesen zu arbeiten, ist auch ungemütlich. Vielleicht die Küchenzeile. Dass wir hier die Küchenzeile mit Fliesen machen. Und den Rest halt dann nicht. Äh, das ist noch... Ne, das stimmt. Das ist dann die Küchenecke quasi, die... Ah, sieht auch komisch aus. Sollte schon eine durchgehende Farbe haben. Oh, ich verbrauche jetzt wieder so viel Zeit dafür, dass wir jetzt hier in der Stellmodus sind. Sorry. Es könnte sich noch um Stunden handeln. Aber ihr wollt das ja sicherlich auch alles kennenlernen. Dann nehmen wir mal eine etwas schlichtere Farbe. Dann können wir vielleicht in der Küche noch ein bisschen farbmäßiger gestalten. Okay, okay. Unser Grundgerüst steht jetzt. Gibt es da sonst noch was? Bäumchen. Eine sehr große Palme. Passt noch nicht ganz cool hier hin. Große Palme. Und... Kaktus. Noch ein Kaktus. Und dazu ein Busch. Und davor auch noch ein Busch. Und... So. Und Steine. Boah, la Deko, Alter. Guck mal, jetzt hat er doch schon richtig Wirkung hier. Ne? Also... Hm. Jetzt hier noch ein paar Blümchen dazu. Ach du heiliges... Was ist denn hier alles? Ja gut, das geht aber eigentlich so. Was ist das noch? Unterschiedlicherer... Unterschiedlicher Sandboden. Warum ist das denn jetzt auf extrem gestellt? Aha. Ja, äh, gut. Das... Brunnen. Das sieht ja fast aus wie Pool. Aber das ist ein Brunnen, ne? Brunnen, ja. Das ist aber kein Pool. Brunnenleiste. Brunnengestaltung. Brunnen-Deko. Wir können uns keinen Brunnen leisten. Nein, gestaltete Zimmer will ich auch nicht. Wir gehen jetzt mal die Zimmer noch Objekten durch. Damit wir das mal hinkriegen. Halten hier vorher. Gehen wir einzeln durch. Und... Das ist Komfort. Das ist Verschiedenes. Ach du liebes bisschen. Deko. Äh, 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 äh. Beleuchtung. Genau, Beleuchtung. Wollte ich jetzt decken. Beleuchtung. Dankeschön. Was ist das denn alles? Schaltet dieses bei Level 7 der Berufszweig-Comedy der Entertainment-Karriere frei. Okay. Engellampe. Gibt es das in verschiedenen Farben? Ja, in Silber gibt es das auch nochmal. Haben wir hier Prestige. Gibt es auch in Rot. Das ist ganz cool. Können wir ja einmal eventuell hier so zum Eingangsbereich gebrauchen. Und, ähm, eine passende Stehlampe vielleicht. Noch eine schöne Farbe. Ja, hier in Rot noch eine passende Stehlampe. Ich weiß nicht, wo genau hin. Ist ja schon recht dunkel so. Das sollte auf jeden Fall hier auch noch mit einer Stehlampe... ...erhellt werden. Ähm, das ist eine Außenbeleuchtung. Ja, die können ja dann hier draußen dran. Oh, ist die... Äh, das ist nicht so eine schöne Außenbeleuchtung. Machen wir hier zwei Außenbeleuchtungen hin. So. Das, das, das reicht. Wie sieht das aus? Ja. Oh, schönes weiches Licht. Sieht gut aus. Mal wieder auf Nachmittag. Ähm, Badezimmer, Badezimmer. Brauchen wir eine Wandbeleuchtung für? Ja. Boah, ne? Sieht erst mal soweit ganz gut aus. Ja, hell genug ist die auch. Ist jetzt nicht die schönste Wandbeleuchtung, aber hab schon Schlimmere gesehen. Äh, Neonröhre für die Küche. Da ordentlich was sehen zu können. Beim Essen vielleicht über dem Esstisch irgendwas. Wenn das über den Esstisch geht, eleganteres. Ach, jetzt brauchen wir hier drinnen noch welche. Sowas hier ist eigentlich ganz cool. Oh. Das Asiatisches. Das passt gut. Äh, die ist ja hässlich. Ja auch. Dekolampe, angestrengte Augen. Okay, ich verstehe, was damit gemeint ist. Nein, danke. Ist die auch in vernünftigen Farbkombinationen. Ja, so ist die ganz nett. Und du hast Lichtlampe. Da hast du Licht. Ey, lebt mal damit echt, dass du Licht hast. Ne, geht dir Licht auf. Okay, dann kümmern wir uns jetzt erst mal um die wichtigsten Bereiche. Küche. Essen, Pipi machen und schlafen sind die Hauptbedürfnisse eines Sims. Kaufen wir uns also einen billigen Kühlschrank. Stellen wir ihn hier hin. Äh, einen billigen Herd kaufen. Lecker Koch. Mit dem Stromlinien-Design dieses preisgünstigen Herdmodells kehrt der ursprüngliche Spaß am Kochen in die Küche zurück. Wer braucht schon neumodische, komplizierte Regler wie Timer oder exakte Temperatureinstellung? Du drehst dann einen Knopf und der Herd wird heiß. Mehr brauchst du wirklich nicht. Bist du bereit, wieder Spaß am Kochen zu haben? Band frei für den Leckerkocher. Okay. Gut. Ah, hier sind auch Dunstabzugshauben. Oh, ist das cool. Ja. Boah, sind die hässlich. Oh, die sind auch hässlicher. Oh, die ist teuer, aber die sieht schöner aus. Können wir die vielleicht in der Küchengestaltung so machen? Oh, da kann man auch eine Alarmanlage platzieren. Ja, sehr gut. Äh, oh, in rot. Oder hier passend. Das ist so bläulich. Das ist Irk. Das ist wieder so bläulich. Weiß nicht, ob das hier so passt. So sieht aber die Küche schon mal ganz schön aus. Oh Gott, wir haben jetzt schon kaum Geld. Billige Spüle kaufen, wenn es geht. 160. 60. 125. Billige Spüle. Billig, billig. Oh, und schwarz. Billig, aber stylisch. Machen wir hier außen hin. Ah, einen Mülleimer braucht man auf jeden Fall immer. Der kann dann hier hin. Und eine Pflanze vielleicht noch. Eine Pflanze wäre schön. Hier so. Und dann kommt da nämlich in die Ecke der Tisch. Oh, hier mein Tisch. Esszimmer. Da. Oh Gott, da ist ja recht viel Auswahl. Ich möchte einen großen Esszimmertisch haben. Gucken wir mal, ob wir das mit den Stühlen so hinkriegen. Gucken wir dann hier. Oh, die gibt es in schwarz. Nein, so war das nicht geplant. Dann machen wir das jetzt hier so ein bisschen bunt gemischt, absichtlich. Weil das dann zu dem etwas bunten Stil der Küche passt. Weil wir ja noch nicht die Möglichkeit haben, das so anders zu gestalten. Oh, da gibt es ja tolle Dekorationsmöglichkeiten. Oh Gott, ich liebe sowas. Okay. Oh, das ist, das ist, das ist. Oh, das sieht gut aus. Oh, ich mag sowas. Ich möchte Deko haben. Gewürzkorb. Kann man den auf den Tisch stellen? Oh, ich liebe es, dass da jetzt so viel... Guck mal die ganze Deko an. Wow, das ist viel dafür. Wow. Oh, die Küche gefällt mir schon mal richtig gut. Die sieht doch, die sieht doch hübsch aus, oder? Eine schöne moderne Küche. Da könnte man sich in der WG, also muss man ja sagen, Respekt, richtig wohlfühlen. Ich finde die Lampe hässlich. Tut mir leid, aber ich habe sie gerade gesehen und dachte mir... Okay, Wohnzimmer. Da gibt es doch bestimmt andere Lampen, die man nehmen kann. Hey, die kommen mir überhaupt nicht bekannt vor. Haben wir die vorhin gesehen? Hm. Ähm. Ach so, das sind die, die ich runtergeladen habe. Ja, genau. Die hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Ah, Sofa. Wenn wir hier schon mit Rot arbeiten, dann bleiben wir doch hier auch in einem roten Stiel. Ein Sofa. Und hier das zweite Sofa. Ich will die nicht ganz gerade haben. Ich finde das immer schöner, wenn das Ganze wie selbst eingerichtet nun mal ist. Man stellt die Dinge nie perfekt gerade hin. Das habe ich noch nie gesehen, dass sowas funktioniert. Und dann kommt hier ein Tisch hin. Ich nehme das ein bisschen bei außen. Immer einen billigen Fernseher. Wechselfernseher. Minimalist-TV. Der ist noch am billigsten. Dann nehmen wir den in einer schönen Farbe. Haben wir Teppiche. Oh, runde Teppiche. Gibt es den rot? Ja, den gibt es den roten, den gibt es den roten, den gibt es den roten, den gibt es den roten. Schon so ein paar kleine Designgriffe und das sieht gut aus. Jetzt am besten noch eine schöne Pflanze dazu. Irgendwo hinstellen darf, wenn das Spiel mir das erlaubt. Da. Ja, ein bisschen minimalistisch, aber schön. Was gibt es da sonst noch? Ja, die Beistelltische hatte ich schon. Ne, hatte ich noch nicht. Die sind die anders. Oh, da gibt es auch noch Bilder. Oh, das ist ja hübsch. Bilder kann man auch sehr individuell jetzt an die Wand platzieren. So sieht es schön aus. So kann ich mit arbeiten. Das ist der Wohnzimmerbereich. Kommt man rein, das ist der Eingangsbereich. Wir könnten Audio-Lautsprecher. Ah, das sind Lautsprecher für die Wand. Hier so hin. Und hat man hier noch so ein bisschen Platz so zum Tanzen. Das ist ganz cool. Können wir uns einen Kamin leisten? Kamin wäre total schön. Können wir euch mal an, wie stylisch der aussieht. Wow, der war teuer. Aber wie sieht das jetzt aus? Achso, wir haben dann keinen Kamin nach oben. Okay. Mal gucken, wann wir uns das erste Mal das Haus abfackeln. Ne? Wie wäre es dann mit einem Schreibtisch hier? Ist das das Esszimmer? Das ist Büro. Uh, stylish. Zu teuer. Schwarz? Rot? Okay. Ich weiß nicht, man sitzt dann hier so im Durchlauf. Da ist direkt... Und dann sitzt man so zwischen mehreren Türen. Das ist ja eigentlich immer unangenehm. Also für eine Person, wenn man so zwischen so verschiedenen Türen sitzt. Oh, schöner Bürostuhl. Alles so schwarz jetzt mal so ein bisschen. Äh, Slow-Motion-PC. Wer braucht schon einen schicken, dünnen Computer? Nun gut, dieser hier, ähm... Diesen hier kannst du nicht mit dir herumtragen. Dafür kannst du dich aber einfach hinsetzen und warten, bis deine Dateien hochgeladen sind. Besonders die von letzter Woche. Die müssten jetzt jeden Moment fertig sein. Kann man den auch in hell nehmen? Ne, das sieht komisch aus. Lassen wir den in dunkel. Oh, ganz okay so. Lampe daneben. Ja. Die sind schick. Oh, sind die schick, ja. Die gefallen mir total gut. Bücherregale. Oh, das ist ja schön. Oh, hier gibt es eins für die Wand. Das ist ein schlichtes. Gibt es auch Raum. Was ist das? Frostkarten... Was ist das? Frostkartenpinnenwand. Oh, ist das toll. Kommst hier hin. Was bist du? Tisch auf ein Spiel. Spannende Tischspiele. Spielmatte der Bewegungsmacher. Staffelei wäre toll. Staffelei hätte ich halt noch ganz gerne. Na, vielleicht nicht hier drin. Ähm, hier unser... Thorsten ist doch Künstler. So, die muss dann an der Wand stehen, oder wie? Na gut, dann steht die jetzt hier da an der Wand. Passt schon. Bisschen bekleckert und besprenkelt. Ich wollte eigentlich noch eine Lampe da hinten hinpacken. Können wir nicht eine deckende Wandlampe oder so nehmen? Hier sowas? Schneidet sich mit Objekten? Okay, dann machen wir das doch so. Das ist ganz schönes, warmes Licht so. Wir haben noch Platz, um mit dem Wohnzimmer ein bisschen Gestaltung zu tätigen. Ne? Sie können sich da auch noch bewegen. Wer weiß, wie viel Bewegungsfreiraum die Sims hier brauchen. Wir haben also auf jeden Fall noch massig Platz. Oh, das Badezimmer sollten wir noch schnell gestalten, indem wir uns was anderes angucken. Weil das nämlich auch ziemlich teuer werden könnte. Nehmen wir Theken. Aber wenn wir eine Theke nehmen, was nehmen wir denn da für Farben? Wir könnten hier so... Uh, das ist ja abstrakt. Oder hier so in Rot. Wieso gehst du nicht um die Ecke? Jetzt. Uh, das ist aber dann direkt so an der Tür dran. Kann ich die Tür ein... Kann ich dich eine beiseite? Du dahin und die Tür dahin. Das ist gut. Dann machen wir das nämlich so. Und dann kommt da rein... Das hier nicht. Das gab es... Ne, das hier gab es doch in... Ne, das gab es nur in Schwarz. Ja, das ist auch hübsch. Jetzt noch ein Pupu. Toi, toi. Toi, toi, Pupu. Das ist auch in Schwarz. Uh, nicht schlecht. Und eine Dusche natürlich. Gibt es die auch in Schwarz? Mit rotem Fuß sogar. Das gefällt mir. Ja, mit Licht, damit man auch was sieht, was man da macht. Das wäre sinnvoll. Und Toilettenpapier... Toilettenpapier auf dem Boden, damit man sich immer schön bücken muss, wenn man sich schön Poppers abschmitten. Okay. Was ist das? So, hier kann man seinen Bademantel hinhängen. Oh, ist das toll gemacht. So viel vorgegebene Deko schon. Das bin ich gar nicht gewohnt. Handtuchhalter. Kerzen. Die gibt es jetzt aber an rot. Ja. Äh, äh, drehen. So. Wir werden arm. Nur weil ich hier unbedingt irgendwelche schöne Deko hinpacken möchte. Aber, 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 Deko. Aber, aber, aber. Äh, gibt es hier irgendwas Vernünftiges? Bäh, nein, das Kessel. Ich bin fast schon wieder geneigt, hier die da zu nehmen, weil ich die total schön finde, diese runden Teppiche. Uh, da haben wir noch gar keine... So, passt schon. Ja, jetzt reicht es wahrscheinlich gerade so für Betten. Ich hätte gerne denen noch ein bisschen mehr was gegönnt. Da müssen sie eben gut arbeiten. Oi, 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 oi. Betten, nehmen wir die billigsten. Was haben wir denn hier? Oh Gott, verschiedensten Gestaltungsrichtungen. Das passt hier eigentlich ganz gut rein. Haben wir die, die Stehlampe. Und dann machen wir das doch, machen wir das doch. Keine Ahnung, keine Ahnung. Achso, das steht dann vor einem Objekt. Achso, vor der Staffelei. Okay, ja, ne, dann machen wir das doch so. Falls er sich dann noch ins Bett legen kann. Die Sims sind da ja manchmal ein bisschen aggressiv, wenn es um Gegenstände in der Nähe ihrer Betten geht. Dann haben die halt noch nicht so viele möglich... Oh, gibt's das in rosa? Oder passend zu dem Muster hier? Oh, das ist ja bezaubernd. Das ist für unsere Lady, muss das aber sein. Und da müssen wir jetzt auch einen passenden Beistelltisch... Oh, wie süß. Damit sie wenigstens etwas hier hat. Mit einer... Oh, schönen Topfpflanze. Oh, wie süß. Okay, jetzt reicht's, glaube ich, gerade noch so für ein Bett und dann dafür zu leben für die nächsten paar Tage ein bisschen, falls das reicht. Sie werden alle verhungern. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das sieht hässlich aus. Das ist nicht der Farbton, den ihr sucht. Nein, nein, nein. Oh, doch, doch. Das ist jetzt nicht das Schöne. Das ist mir zu teuer, das Bett. Nein. Hallo, du schläfst genauso wie der andere auch in so einem Absteigerbett. Wo man morgens rausfällt und sich denkt, scheiße, Alter, wäre ich bloß im Bett geblieben. So, vielleicht können wir uns ja jetzt noch ein paar GameX... Oh, ich habe noch keinen Spiegel. Sims brauchen immer dringend einen Spiegel. Ohne Spiegel geht nichts. Wie wäre es denn mit einem Spiegel im Badezimmer? Das ist jetzt riskant, sowas. Ich weiß. Guck mal, hier in Rot passt doch dazu. Boah, hast du einen Spiegel gesetzt? So, Alter, bist doch in der Regier. Vielleicht noch ein schönes Bild. Hier so Sonnenblut. Oh Gott, nein. Rakete? Oh, ich finde so toll, dass man das jetzt so individuell setzen kann. Das ist ein Traum. Ist das ein Traum? Wird wahr? Oh, Deko. Oh, wie cool. Speisewand. Oh, mein Gott. Kleidung muss... Aufbewahrungs... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das ist ja... Das ist ja... Das brauchen sie eigentlich alle bei sich im Zimmer, weil das passt so unglaublich gut. Das ist so typisch. Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Er ist eigentlich der Typ, der diese Anzüge trägt. Er ist der Typ für etwas lockerere Kleidung. Und unsere junge Frau bekommen. Das hier ins Regal. Oh mein Gott. Schon jetzt so viele schöne Deko-Gegenstände. Uiuiui. Ich hab nur 666 Simoleons. Das müssen wir noch ändern. So, du wohnst jetzt hier. Pony, du bist manchmal ganz schön gruselig. Weißt du das? Nein, ich doch nicht. Oh, Kinderzimmersachen. Oh, ein Spielzeugpony. Oh, ein Spielzeug-Actionfigur. Kleidische für Kinder. Kindergeigen. Oh, wie süß. Ach, was gibt's denn noch eventuell an tollen Hobbygeräten? Die wir vielleicht übersehen haben. Die werden... Nee, Häschen-Gitarre. Geige. Oh, eine Gitarre. Gitarre wäre ja für unsere ambitionierte Künstlerin ganz cool. Okay, wir sind pleite. Damit müssen sie jetzt leben. Das ist unser Haus. Das ist schön. Das bleibt so. Und wir haben jetzt knapp 40 Minuten damit verbracht, ein Haus zu bauen. Es tut mir leid. Ich dachte, das ginge schneller, nachdem ich vorhin ein bisschen angetestet habe. Aber es geht nicht schneller. Starten wir. Also sofort. Ins Gameplay. Zumindest die ersten paar Minuten. Und dann beende ich auch das Video. Und was haben wir hier? Tausend verdienen. Gleich erst mal Fernsehen gehen. Ist klar. Yuki möchte Date planen. Und Marvin? Marvin möchte... Marvin möchte gar nichts. Marvin genießt sein Leben. Erst mal zocken gehen. Erst mal lesen. Erst mal Musik anmachen. Okay, was ist hier los? Witz erzählen. Date planen. Versuchen Musik hören. Kann man das? Intensiv zuhören. Vielleicht ist es ja das. Wie flüssig das läuft. Guckt euch das mal an. Hier die ganze Nachbarschaft. Wahnsinn. Das kenne ich ja gar nicht. Der Hammer. Der Hammer, der Hammer, der Hammer, der Hammer. Sie ist glücklich. Wegen guter Umgebung. Sorgt für eine schöne Umgebung. Ja, mehr Glück. Nichts muntert einem Sim so sehr auf die tolle Musik. Er sorgt also alles für ihr Glück. Oh Gott, unsere Glotze, ne? Okay, und damit haben wir auch schon mal einen Wunsch erfüllt. Aber eigentlich könntest du das mal ausschalten und dich mal an die Gitarre setzen. Du wirst bestimmt noch glücklicher. Yuki ist eine Musik-Meepaberin. Solche Sims brauchen in ihrem Leben oft Musik und sind am glücklichsten, wenn sie musizieren oder mit anderen über Musik reden. Okay, und jetzt hat sie die Fähigkeit Gitarre erworben. Aufgrund ihrer neuen Gitarrenfähigkeiten kann Yuki jetzt auf dem Instrument üben. Ja, kennen wir ja. Finde ich schön, wie das eingeblendet ist. Und was macht, was ist mit Marvin? Marvin ist angespannt, wegen schlecht gespielter Musik. Ja. Bei jemandem Luft machen. Das kann ich mir gut. Vielleicht solltest du woanders üben. Ich glaube, die macht aggressiv, die Musik. Nimm die mal in dein Inventar. Geh in dein Zimmer. Und üb da weiter. Oh, wie sie tänzelt. Oh, wie eine kleine Prinzessin. So, und jetzt kannst du Inventar üben. So, jetzt sollte das mit der Anspannung besser werden. Was ist mit ihm los? Jemanden umarmen. Oh, Thorsten möchte jemanden umarmen. Thorsten, du könntest dir erstmal einen Job suchen. Geht denn das? Karriere kann man einfach so einschlagen. Geld verdienen. Selbstsicherer werden. Elektroniker hören. Machst du da? Du spielst die Sims 2? Oder die Sims 1? Ach Gott, ja. Auf dem Computer läuft wahrscheinlich auch nichts anderes mehr. Junge, hör mal auf damit. Ich kümmere dich mal darum, einen Job zu suchen. Was ist mit Marvin? Marvin guckt Fernsehen. Kannst du nicht? Oh. Karriere für Thorsten wählen. Thorsten, Thorsten, ja, Thorsten wäre eigentlich ein toller Maler. Aber oh mein Gott. Dann ist er aber total lange weg und man sieht ihn kaum. Gibt's überhaupt alles. Weil er von 9 bis 17 Uhr. Erschaffe deine eigene Welt mit ein paar Pinselstrichen. Sichere dir mit hyperreellen oder abstrakten Meisterwerken unfassbarer Schönheit deinen Platz in der Kunstszene. Geheimagent, Astronaut. Das ist nicht so lang. Lecker Maul. Das geht von der Zeit. Technikguru. Cooler Job. Schriftsteller. 7 Stunden. Das ist auch ziemlich lang alles. 17 bis 0 Uhr. Verbrecherkarriere. Geheimagent. Astronaut. Maler. Aber dann sehen wir Thorsten selten. Ich würde Thorsten erstmal gerne eine Weile mal sehen und dann ist dann gar nicht viel da. Startup-Unternehmer. Wenn wir ja geschäftlich gut drauf sind, wäre das ja gar nicht mal schlecht. Berufszweig-Sportler und Startup-Unternehmer. Was soll ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni? Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit deinem riesigen Gehirn ja wohl hinbekommen. Klingt interessant. Thorsten ist jetzt Live-Chat-Berater. Beim Arbeitsgeber Digital Arts. Am Dienstag kommt 10 Uhr. Das sind ja noch ganz humane Zeiten. Marvin könnte auch eine Karriere einschlagen. Das müssen wir vier Stunden Videospiele spielen. Da wäre mir das mit der Maler-Karriere eigentlich lieber, aber dann ist er ja so lange weg. Das finde ich blöd. Was könnte dann unser Marvin werden? Marvin ist eigentlich auch perfekte Technik-Urhe. Du müsst dann E-Sportler werden. Die beiden Kumpels arbeiten in der gleichen Karriere, finde ich eigentlich ganz cool. Weil dann, ähm... Wo breitest du dich dann auf? Stört dich irgendwas? Was will er machen? Thorsten kennenlernen. Das ist doch mal was. Kennenlernen. Dann lernt euch doch mal kennen. Du hast so eine riesige Geräuschkulisse. Ausschalten. Magst du dich nicht mal dazu... Oh, er setzt dich, glaube ich, automatisch dazu. Sehr gut. Mann, ich hab ein cooles neues Bett, ey. Das hab ich ganz frisch gekauft. Richtig schön. Das ist nicht mehr so wie bei Mama wohnen, wie so ein Babybett. Ja. Viel cooler sowas jetzt. Endlich und den eigenen vier Wänden. Ach ja, ich glaube, wir werden mit den Leuten hier viel Spaß haben. Ey, wollen wir mal später Computerspiele zucken hier? Ja, Xbox oder sowas. So 360 oder One oder wie die jetzt heißt. Irgendwie gehen die Zahlen ins Negative. Ja, ein Spiel mit Panzern oder Leute abknallen. Das find ich lustig. Das hätt ich auch gern mit meinem Taxi getan. Leute abknallen. Da gab's so ein paar Personen, ganz ehrlich. Die konnte ich überhaupt nicht leiden. Oh ja, doch, wir werden viel Spaß haben. Und damit Yuki jetzt nicht alleine da herumklimpert, kann sie ja einfach sich mal dazusetzen. Aha. Und aufhören zu üben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn's dann richtig mit dem Gameplay anfängt. Bis dahin. Bye. Und sul sul. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.